Die Rote Mühle, eine Gaststätte mit Tradition in uriger Atmosphäre. Gelegen im Städtedreieck zwischen Königstein, Kelkheim und Bad Soden. Hallo, mein Name ist Dominik Mardenowitsch und ich bin Servicekraft in der Roten Mühle. Bei uns gibt es traditionelle deutsche Küche. Besonders beliebt ist das Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße oder Pfifferling, Wurstsalat oder zum Dessert einen leckeren Apfelstrudel mit Vanillesoße. Ein ruhiges Plätzchen mitten in der Natur, an dem schon vor 100 Jahren Gäste bewirtet wurden. Eine Gegend, in der man sehr gut wandern, joggen oder Fahrrad fahren kann. Gegeeignet auch für lange Spaziergänge oder zum Gassigehen mit dem eigenen Hund. Die Rote Mühle, perfekt gelegen, um danach zum Essen einzukehren. Buchen Sie Gruppen- oder Firmenaktivitäten oder richten Sie Ihre eigene Feier aus. Egal ob Hochzeiten, Geburtstage, Firmen, Events, wir passen uns Ihren Bedürfnissen gerne an. Der geräumige Innenbereich wird ganzjährig bewirtet und demnächst um einen Wintergarten an der Ostseite erweitert. In den Sommermonaten lädt die große Terrasse zum Verweilen ein, ein ideales Ausflugsziel, um sich zu stärken und um ein paar kurzweilige Stunden zu verbringen. Ein Catering-Service bringt auf Wunsch auch das Essen zu Ihnen. Holen Sie sich Ihr persönliches Angebot ein. Zum Gelände gehört noch eine zusätzliche Event-Terrasse, die durch einen separaten Eingang erreicht werden kann. Dies bietet mehr Privatsphäre für Ihre Feier. Für Kinder bietet ein Spielplatz jede Menge Abwechslung. So kommt auch bei den jungen Gästen keine Langeweile auf. Die Rote Mühle, ein Ort für die ganze Familie. Wir freuen uns jetzt schon auf Ihren Besuch hier bei uns in der Roten Mühle. Feuerzeuge. Musik 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 Vielen Dank.